Hallo, hier ist Ronja und die Izzy und ich sind heute im Tiersimulator, wo wir ganz viele süße Tiere uns holen können. Ich hab hier diese Katze, äh, sie hat den Namen Suez, keine Ahnung. Suez, yeah! Und du hast hier, was ist das? Rosie ist das. Ja, aber was ist Rosie? Ein Hund, was sonst? Ist Rosie ein Hund oder ist Rosie ein Elf? Rosie, pass! Sehr gut, Rosie. Deine ist voll cute. Die ist voll süß, gell? Oh, jetzt kann ich hier Goldmünzen einsammeln und Diamanten. Yippie! Uh. Cool. Okay. Guck mal, hier kann man sich ein Ei kaufen, wenn man genug Geld hat. Warte, wie viel kostet das erste Ei? 300? 300, ja, ja. Ah, dann muss ich noch ein bisschen hier die liebe Katze arbeiten lassen. Diamantis. Weißt du was? Ich glaub, hier gibt's noch Dias. Komm mal mit. Hier gibt's Dias? Yeah! Ja, siehst du? Was kann man sich von den Diamanten kaufen? Auch Eier? Ah, du... Nee, Eier kaufst du dir für Gold. Von den Dias kannst du dir Upgrades kaufen für deine Pets und so ein Kram. Oh, aber das sind 500. Das dauert jetzt erstmal wahrscheinlich eine gute Weile. So, dann sammle ich jetzt hier mein ganzes Geld und meine ganzen Diamanten ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und, wie läuft's bei dir? Wir sind okay. Wir sind ganz okay. Läuft jetzt nicht direkt schlecht. Wie viel hast du denn? Los, lass ein paar Ecks kaufen, oder? Äh, okay. Ja, lass uns ein paar Ecks kaufen. Warte, warte, ich sammle noch fertig ein. Ich hab hier so viel. Äh, meine Katze arbeitet hier fleißig weiter noch an noch mehr Diamanten. Und... Ja, deine Katze ist ja ganz schön OP, oder? Äh, klar. Ah, so könnte man es sagen. Warte, kann man sich porten zu seiner Bank? Äh, wenn man dafür bezahlen kann. Oder muss man hier ganz lange laufen? Da muss man laufen. Okay. Oder aber dann Hoverboard, so wie easy. Okay. Okay. Ich hab ein Hoverboard. Dann, weißt du was? Dann kaufe ich mir direkt ein gutes Ei. Dann kaufe ich mir direkt ein, äh... Ich kaufe mir hier das Goldene. Oder nee, nee, nee. Ich kaufe mir das Tausender. Da sind süßere Tiere drin. Oh, ich hab eine Kuh gekriegt. Oh, die ist niedlich. Warte, ich will noch so eins. Und? Mit Schweinchen. Okay, warte, warte. Dann hab ich jetzt eine Kuh und ein Schweinchen. Und die sind beide sehr süß. Und die machen, äh, sieben. Okay. Und wollen wir in die nächste Ebene gehen? Ja, können wir machen, klar. Okay. Hast du alles dabei? Die sehen echt cute aus. Oh mein Gott, dein Schwein ist voll niedlich. Die sind süß. Oh, warte, da hinten, äh, hat mein... Kätzchen hat's endlich geschafft. Oh, warte, du bist sehr schnell. Ich bin nicht so schnell wie du. Okay, wir sind jetzt hier noch ein bisschen am Farm gewesen und können jetzt unsere Waldeier kaufen. Oh mein Gott, guck mal. Ich weiß gar nicht, welches ich will. Das Ding ist, wahrscheinlich sind die besseren, also die teureren halt besser, aber ich find die nur goldenen nicht so süß. Ich find die hier so süß. Okay. Ja, oder? Die mit den Blümchen drauf. Oh, ich hab einen kleinen schwarzen Bär. Warte, ich will noch eins. Jetzt hab ich... Ein... Okay, noch einen schwarzen Bär, okay. Na gut. Äh, aber diesmal. Ein... Oh, ein kleiner Waschbär. Oh, der ist süß. Okay, warte, 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 warte. Das Ding ist, ich will eigentlich den kleinen Papagei oder den Tiger. Denkst du, ich krieg den Tiger? Der ist halt sehr selten. Ich glaube, du kriegst den Tiger. Oh, das Eichhörnchen. Ich mein, es ist leider nicht selten, aber es ist halt süß. Bitte, bitte, gib mir den Tiger. Nein, noch mal den Waschbär. Nein. Ich hab kein Geld mehr. Ich muss noch ein Dingsei kaufen. Ein Holzei. Das ist ein Äffchen. Alles, was ich will... Oh, das Äffchen. Okay, 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 sehr gut. Dann können wir jetzt hier gucken. Wie cute. Jetzt hab ich hier meine besten Tiere equipped. Und... Äh, ich hab jetzt hier... Äh... Okay, weißt du was? Ich mach eine Waschbär raus. Eichhörnchen ist süß. Okay. Charlie und Harley heißen seine Waschbären. Oh, die haben Namen? Ja, na klar. Stefan, Gavin, Charlie und Harley. Yeah. Okay. Dann gehen wir mal wieder weiter zum Wald. Da kann ich mich jetzt auch hin teleportieren. Es kostet mich nur 7000 Diamanten natürlich. Gar kein Problem. Oh, das geht ja. Hier, zack, zack. Oh, da sehe ich, ist mein Tier auch fertig geworden. Und da kann... Uh, Goldsack. Goldsack. Klasse. Da waren Diamanten drin. 1000 Stück. Nice. Wie viel kostet das nächste Level? 75.000. Oh no, hast du nicht so viel. Okay, noch nicht, aber meine Tiere schicke ich jetzt los zum Arbeiten. Und dann, äh, hab ich hoffentlich bald auch viel, viel Geld. So, dann kann ich mir jetzt hier die nächste Area leisten. Uh, Area 51. Strand. Okay, der Strand ist süß hier. Ihr könnt ein bisschen arbeiten. Zack, 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 zack. Und während ihr das macht... Guck mal, hier kannst du Pets fusen. Warte, in was fusen die? Äh, du kannst sie nehmen und goldene kannst du da zu Rainbow Pets upgraden. Aber da musst du Glück haben, glaube ich. Äh, okay, ich brauche drei Pets, die ich hier fusen kann. Warum habe ich... Dann nehme ich mal meine drei schlechtesten, oder? Ja, aber die sind wahrscheinlich, äh, tot dann. Die sind tot. Ja, da gibt es nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, die man schafft. Oh, okay, dann lasse ich es lieber, dann lasse ich es lieber. Ich will meine Pets nicht töten. Vielleicht, wenn ich ganz viele von einer Sorte habe. Was für mich so richtig ist. Ich kaufe schon mal die nächste Area, denn ich habe hier einen Haufen an Geld. Und zwar vier Billi... Äh, nee, Millionen. Wow, not bad. Ronja. Ja, ja, doch. Das hat alles meine Katze gemacht. Und auf jeden Fall nicht die kleinen Elfen von dir. Nein, wieso? Wie kommst du darauf? Okay, gut, dann warte mal. Ich porte mich nochmal am Anfang. Und ich kaufe mir jetzt neue Pets. Oder nein, ich kaufe... Also hier kannst du Rainbow Pets machen. Entschuldigung, das geht sogar einen weiter. Uh, okay. Okay, okay. Dann brauchst du goldene Pets. Wenn du ganz viele goldene Pets hast, dann kannst du Rainbow Pets machen. Okay, ich habe noch keine goldene. Das heißt folgendes Szenario. Ich kaufe mir jetzt hier für 1,25 Millionen. Die nächste Ebene. Was ist das hier eigentlich? Das ist so eine Kristallhöhne? Ich lasse meine Leute mal nebenbei worken. Leider ist das hier alles, äh, ne? Ja. Ein bisschen langsam. Vor allem... Was ein bisschen nervig ist, ist, dass man selber das Geld aufsammeln muss. Sonst könnten meine Tiere ein bisschen eigenständiger hier, glaube ich, arbeiten. Okay. Aber die Dinge sind, wie die Dinge sind. Ich trage jetzt hier die Früchte meiner Arbeit. Zack, 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 zack. Hier sind Diamanten. Hier ist Geld. Num, 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 num. Dann gibt es hier wieder ein bisschen was. Und dann kann ich neue Eier kaufen für neue Tierfreunde, die sich hier mit meinen kleinen Kameraden anfreunden können. Oh, da hinten ist einer noch am worken, wie ich sehe. Ich gehe mal wieder an den Shop und kaufe mir neue Eier. Ganz viele. Yeah. Okay. Erstmal... Oh, hm. Das Ding ist, ich brauche ein paar Strandeier. Damit ich einfach eine gute Kollektion an Tieren habe. Yeah. Oh, das ist eine Kokosnuss. Das ist irgendwie süß. Oh, das hässliche Entlein. Und was können wir noch kriegen? Ich hätte so gerne den Delfin. Oh, ein Flamingo. Okay. Und vielleicht noch was? Ein... Noch ein hässliches Entlein. Na gut. Dann machen wir mal weiter mit den Minen. Oh, mein Gott. Minen-Eiern. Was ist das denn? Oh, das ist richtig... Oh, mein Gott, das ist ein Elefant. Das ist richtig fun, einfach die Eier aufzumachen. Yeah. Vielleicht sollte ich nicht mit Glücksspiel anfangen. Oh, mein Gott, ein Gecko. Okay, das ist der unseltenste aller Zeiten. Aber trotzdem freue ich mich. Aber so cute. Ja. Noch ein Elefant. Und... Was ist das? Das ist ein Steinblock. Uh, warte, warte, warte. So eins kann ich mir auch noch leisten. Aber langsam wird es teuer. Ein... Ein Geode. Oh, der haben sie irgendwie... Die Animation nicht richtig hingemacht. Oh, eine Fledermaus. Warte. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Noch eine Fledermaus. Gib mir noch was. Gib mir ein Stier. Oder so. Ich habe nicht mehr viel Geld. Gib mir ein Stier, bitte. Nein, hast du nicht mehr viel Geld? Ein Orangenen Gecko. Okay. Das ist ein bisschen seltener auf jeden Fall. Ja. Hier, letztes Ei. Und... Ein... Noch eine Fledermaus. Aber es ist okay. Ich bin nicht enttäuscht. Denn ich kaufe mir jetzt noch... Ein... Goldenes... Forest Ei. Um mal zu gucken, was hier für goldene Tiere rauskommen. Ein goldener Bär. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was unsere besten Tiere sind. Unsere besten Tiere sind der Orangene Gecko und meine drei Fledermäuse. Verstehe. Dann kann ich vielleicht die anderen zu mal irgendwas fusen. Ist ja auch nicht schlecht. Dann können wir uns hier... Da bist du. Zeig mir her. Oh, warte. Da bist du. Ich habe jetzt hier meine Fledermäuse. Bär. Gavin. Wie auch mein anderer hieß. Und Tucker. Und mein kleiner Gecko-Heistrop. Wie heißt denn deine? Alles klar. Rosie, Roxy, Oscar und Harley. Oh, das ist süß. Okay, dann teleportiere ich mich jetzt wieder in den Winter für 12.000 Diamanten. Gar kein Problem für mich. Hier, zack, zack. Hier, let's go. Gavin und Oscar und Bär. Warte, am Strand vorbei, oder? Am Strand vorbei. Ich bin hier ganz hinten bei Winter schon. Ach krass, so weit. Ja. Heftig. Und während die hier worken, sammle ich hier schon mal mein Geld ein. Uh. Denn mittlerweile rennt es von selbst. Ich muss sagen, du bist schon ganz schön weit gekommen hier. Ja, das stimmt. Ja, ja. Es war nicht mehr weit bis zum Ende. Guck mal. Siehst du das da vorne? Warte, wie viel gibt es denn insgesamt? Ah, ich weiß nicht. Gibt noch... Ich glaube, es kommen noch so ein paar Level. Vier Stück vielleicht. Riesenbox. Oh mein Gott. 4.000 Diamanten. Das Ding ist, die werden halt immer so viel teurer. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann. Das nächste kostet 5,5 Millionen. Und wie viel hast du? 200.000. Das wird ein bisschen Farming-Arbeit werden. Das wird ein bisschen Farming-Arbeit werden, aber die gute Nachricht ist, ich sammle hier hier schon fleißig ein und meine Pads sind schon fast fertig. Hier liegt überall Gold rum. Ja, nice. Wo bist du überhaupt? Ich bin... Oh, da bist du. Hi. Okay, während meine Tiere hier arbeiten, äh... Ich kann mich wohl selber upgraden, meinte die Isi. Oh mein Gott. Ja, du kannst hier deine Strengths und deine Pads und alles abgaben. Arbreach. Du, du, du. Dann geht es nämlich schneller, weißt du? Ja, oh mein Gott. Mehr Diamanten. Bitte. Oh, warte. Dann mache ich erstmal die Tierstärke hoch. Ich kann mir das alles nicht leisten, sage ich sonst. Äh, Tierstärke noch höher. Äh, Schnelligkeit. Mehr Storage. Okay. Player Speed. Ja, bitte. Oh mein Gott. Ja, danke. Ah, jetzt kannst du schneller laufen, oder was? Jetzt kann ich schneller laufen, oder was? Ah, okay. Ach so, lol. Okay. Oh mein Gott, das fühlt sich so viel besser an. Oh, okay. Übrigens ist dein Pad, äh, super stark. Möchte ich nur mal anmerken. Das macht hier... Das verdient mir hier eine goldene Nase. Ich bin hier schon bei 24 Millionen. Echt? Ah, nice. Ich habe 1,5 Milliarden. Ach so. Ich wollte eingeben, aber naja. Na ja. Muss ich wahrscheinlich nicht. Warte, vielleicht kann ich mich ja aber nochmal upgraden. Hier sind Diamanten. Wenn das Pad mir hier noch ein bisschen welche gibt, kann ich da vielleicht noch ein, zwei Upgrades machen. Ja, das wäre nice. Aber wir wären auch bald am Ende vielleicht. Wir wären bald am Ende? Ja, ja. Wir haben schon ziemlich viel geschafft, Ronja. Okay, dann spiele ich mal hier weiter durch mit einem kleinen Teleport. Zack, zack. Winter. Einmal hin. Uh, da hinten ist viel Geld. Da hinten ist ganz viel Geld. 5 Millionen zum Freischalten. Das nächste. Kein Problem. Dank Easy's, äh, super Pad. Zack, zack, zack. Hier. Bist du beim Eisbiom jetzt angekommen? Nein. Uh, das sieht fancy aus. Ich bin beim Eisbiom angekommen. Ja, das ist schön, oder? Ja. Guck mal, hier kannst du später auch rüber, aber das kostet eine Menge. Oh, das kostet 7 Billionen. Okay, ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Ah, das sind dann verschiedene Welten oder so? Ja, das ist noch eine andere Währung da. Verstehe, verstehe. Aber das kann ich, uh, das sind eher, das sind so komische Tatzen. Wild. Es ist antikes Geld, glaube ich. Ah, okay. Ja, 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 ja. Uh, hier ist ein Diamant. Wie viel kostet das nächste Level bei dir? Das nächste Level kostet 16 Millionen und die kann ich mir leisten. Das kannst du dir leisten? Das kann ich mir leisten. Hier, zack, nächste Area. 16 Millionen, einmal durch. Ich kann jetzt, uh, ich kann jetzt neue Eier auch kaufen. Das mache ich ganz am Ende. Okay, hier. Zack, zack, zack. Ja, perfekt. Was kannst du dir leisten? Was findest du denn da für einen grünen Drachen? Das ist mein kleiner grüner Drache. Oh, das ist süß. Der ersetzt meinen Elfen, der gerade ausgeliehen wurde. Verstehe. Okay, dann, uh, hier, 50 Millionen. Dein Elf ist dran. Dein Elf gibt sich hier wirklich alle Mühe, um mir hier großen Reichtum zu geben. Den habe ich auch nur geschenkt bekommen, ne? Ehrlich? Ja, ja. Oh, ich komme durch. Was ist das denn? Obsidian. Oh mein Gott, die roten Statue? Ja, wir müssen die Kiste holen in der Mitte. Kann man die holen? Ja, ja, die kannst du holen. Die müssen die holen. Die gibt richtig viel Kohle. Oh. Aha, 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 aha. 865 Millionen. Du hast absolut recht. Zum Glück ist dein Pad nicht overpowered hier. Deine nächste Area, 250 Millionen. Gar kein Problem jetzt hier mit dem neuen Pad. Ja, los, let's go. Man kann so in die Sterne gucken. Oh nein, ist das eine Kanone? Kann man da rein? Bist du da gerade rein? Ja, rein da, los, komm. In die Fantasy World. Ja. Auf geht's. Und guck mal, Ronja, wenn du da bist. Guck mal, hier geht's lang. Siehst du mich? Ja. Hier geht's hin zum Shop und da kannst du dir neue Eier holen. Oh, das ist perfekt, weil dann kann ich mir hier noch. Oh mein Gott, die kosten aber andere Fantasy-Währung. Da hab ich kein Geld für. Okay, weißt du was? Ich geh jetzt nochmal in meinen normalen Shop. Aber die kannst du hier vorne holen. Was? Ja, ja, ja. Die kannst du hier vorne holen. Ein Ei kann ich schon knacken. Ne, kann ich nicht. Ne, was meinten? Ich dachte, ich hätte viel mehr. Ich würde, guck mal, mit meinen 630 Millionen würde ich gerne noch ein, zwei gute Eier kaufen. Falls du das verstehst. Ja. Deswegen muss ich jetzt nochmal zum normalen Shop reisen. In der Normalo-Welt. Geh nochmal zurück, ja. Die Wahrscheinlichkeit denken, sie sind was Besseres, aber ist okay. Hier, einmal hoch. Zack, 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 zack. 536 Millionen ist natürlich das Teuerste. Aber ich werde einfach das Vulkan-Ei kaufen, denke ich. Das ist ein Magma-Ei, natürlich, meine ich. Entschuldigung. Und ein Höllenfuchs. Okay. Was kriegen wir jetzt? Ein... Eine Höllen-Fledermaus. Klassiker. Was haben wir hier? Willst du dir ein hübsches Pet kriegen? Hm? Willst du dir nicht ein hübsches Pet holen? Ich würde gerne ein hübsches Pet. Welches haben denn die hübschen? Die sind nicht hübsch. Eier aus der Büste sind nicht so hübsch. Vielleicht... Vielleicht der hier. Goldenes Kamel. Das ist süß. Jedenfalls mittelmäßig süß. Hä? Ist cute, ja? Ja! Das ist süß. Das ist ein goldener Amadello. Oh, der ist cute. Oh mein Gott. Ja. Warte, warte. Der holt mich richtig ab. Ich will... Ähm... Oh, warte mal. Ich würde gerne eins von den seltenen. Ich hätte gerne den grünen Slime. Ich gebe jetzt mein Geld aus und ich hätte gerne den grünen Slime. Bitte, bitte. Kamel. Nein. Dich möchte ich nicht. Ich möchte grüner Slime. Bist du ein grüner Slime? Kamel. Verstehe. Grüner Slime. Bitte. Ach, Kamel. Hast du das gleiche, oder? Ein Kamel jagt das nächste. Warum kriege ich keinen grünen Slime? Sandschildkröte. Gib mir ein Kamel. Nicht ein Kamel. Nein, nein, nein. Grüner Slime. Nicht Kamel. Ah, der war verwirrt. Noch eine Sandschildkröte. Ich glaube. Warte mal. Hier sind meine besten. Die goldenen sind halt sehr gut, aber die sind halt ästhetisch nicht unbedingt die hübschesten immer. Nee, das stimmt. Was würdest du sagen, wo gibt es das hübscheste Pet in welchem Ei? Oh, warte, lass mal gucken. Es gibt halt auch Einhörner und so ein Kram. Oh, es gibt Einhörner. Das ist so schön. Warte mal, die Eistiere sind vielleicht später. Die Eistiere sind voll hübsch. Du kannst einen Pinguin kriegen vielleicht. Einen Pinguin? Oh, ja, ja, den kann ich kriegen. Der ist nicht mehr selten. Ein Yeti-Ei. Oh, hier ist ein Schnee. Ist das ein Pinguin? Nee, nee, nee. Das erste ist ein Pinguin. Ich habe jetzt so ein, keine Ahnung, was ist das? Das ist ein Jack. Da ist er. Oh, okay. Ich liebe den Pinguin. Okay, gut. Dann habe ich jetzt hiermit gewonnen, weil ich den Pinguin habe. Ich bin sehr glücklich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Da ihr könnt mal schreiben, welches Pet ihr am niedlichsten fandet. Und ob ihr das selber schon mal gespielt habt. Wenn nicht, dann ist es vielleicht was wert. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Schaut bei EZ vorbei. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020